Das Video ist ja nur ein Wecker. Habe ich gesagt, okay, das kommt wieder auf das Layout vom Ende. Soll hier jetzt noch das Video, was wir hier verraten würden? Ja, das kann man so machen. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Da gibt es mehrere, also da würde ich jetzt keine Zeit euren Entscheidungen machen. Und dann ist das Video. Der Schulzeck, der Schulz, der Schulz, der Schulz. Und dann ist das Video. Und dann ist das Video. Wenn wir da aus den Absatz fallen, sind wir gerade auf die Sitzel. Und dann kommt das Video. Und dann ist das Video. Und dann sind wir erst in den Absatz. Ja. Und dann ist das Video. Ich habe manchmal gesagt, dass das Ganze leistet.